Meine lieben Freunde, der Krille, Christian Lindner hat mal wieder einen Erguss gehabt. Nein, nein, sowas nicht, was ihr denkt. Einen geistigen Erguss. Und bevor ich zu dem Erguss von Christian Lindner komme, vom Krille, ja, Mr. Luvial, ein ganz Luvialer Typ. Christian Lindner ist ja der lässigste Liberale, der letzte, entschuldige, der letzte Liberale. Er ist wirklich der allerletzte. Und der hat gesagt, ja, die Menschen erwarten vom Staat mehr als von sich. Ja, Besitzungen sagen, ey Lindner, halt die Fresse. Wir haben die höchsten Steuern der Welt, wenn man die Abschreibung mit einbezieht. Wir haben die höchsten Gaspreise der Welt, die höchsten Strompreise der Welt, die höchsten Ölpreise der Welt, die höchsten Benzinpreise der Welt, die höchsten Sozialabgaben der Welt, die unsichersten Grenzen der Welt, die meisten Messerstechereien der Welt, die marodesten Schulen in Europa, die marodesten Straßen in Europa, die marodesten Brücken in Europa. Und die BRD ist, wenn man Eigentum betrachtet, das ärmste Land in Westeuropa. Und du, Pflaume, laberst hier von bla bla bla. Sagen böse Zungen sind nicht meine Worte. Die Menschen erwarten mehr vom Staat als von sich selbst. Ja, von uns selbst ist nämlich nichts mehr übrig, Linda. Einfach mal Fresse. Sagen böse Zungen. Ich finde ja, Christian Lindner hat recht. Natürlich, die Menschen verlangen viel zu viel vom Staat. Ja, müssen viel mehr von sich selber verlangen. Ich bin ja dafür, Schlager, Ukrainer, dass jeder, der überhaupt noch lebt in diesem Land, ja, alles, was er hat, einfach mal nimmt, zusammenrafft und in die Ukraine schickt. So fängt es schon mal an. Und der Rest, der übrig bleibt, ab nach Jerusalem. So, ja. Oder Tel Aviv. Kann ja wohl nicht wahr sein, ja. Wir verlangen viel zu viel vom Staat und zu wenig von uns. Ja, Böse Zungen sagen. Moment mal, Lindner. Einfach mal nachdenken. Wann ist denn der Staat? Ja, der Staat ist Staatsvolk, Staatsfläche, Staatsgrenze. Und wovon du redest, ist Regierung, ja. Und von dieser Regierung erwartet niemand auch nur irgendetwas, außer Scheiße, was Schlechtes. Oh, das darf man ja nicht sagen. Ich habe ja auch nur zitiert. Ja, also, Christian Lindner hat natürlich recht. Ja, die Menschen verlangen viel zu viel vom Staat und zu wenig von sich selber. Wir müssen mehr leisten, ja. Wir sind ja jetzt bei Rente mit 67. Ich bin ja der Meinung, und der Lindner ja letztendlich auch, wir müssen bis 70 ackern, ja. Also, 75 wäre noch besser. Eigentlich bis 80, so. Lebenserwartung ist ja momentan so bei 80 bis 82, je nachdem, ob Männchen oder Weibchen, ja. Und wenn man die Spritzung nicht mal einbezieht, also kann man auch einfach arbeiten bis 80 und dann ist gut, ja. Und nicht immer so viel erwarten hier von der Regierung. Ja, ich übersetze jetzt mal. Nicht immer so viel erwarten. Nein, 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 nein. Die Menschen erwarten zu viel vom Staat und zu wenig von sich, Freunde. Deutlicher kann man es doch nicht sagen, oder? Böse Zungen sagen. Ja, wer jetzt in diesem Land noch FDP wählt, der muss wirklich mit dem Klammerbeutel gepudert sein. Arbeits- und böse Zungen sind nicht meine Worte. Ich finde Christian Lindner toll. Ich finde die FDP toll. Ich finde die CDU toll. Ich finde die CSU toll. Ich finde die Linke toll. Ich finde die Sarah-Wagenkirch-Partei toll. Ich finde die, wie hieß denn diese eine Partei noch, fällt mir noch ein. Ich finde die Grünen nennen ihn toll. SPD. Ich finde die SPD toll. Und ich bin ganz, ganz toll gegen die böse Alternative für Deutschland. Diese Wahrheitsfanatiker und Ideologie-Leugner. Ich unterstütze die Ignoranzpraktiker der Regierung und bin gegen Verschwörungstheoretiker. Ich unterstütze die Nichtrechten. Annalena Baerbock, Christian Lindner, Robert Habeck und Odaf Scholl. Also die Unrechten. So, haben wir das jetzt geklärt und natürlich erwarten die Menschen zu viel vom Staat und zu wenig von sich. Besitzungen sagen, naja, cool, wenn man sich die Maskenträger anguckt, die so immer noch draußen rumlaufen. Ja, gestern wieder bei Italiener. Draußen 26 Grad kommt einer rein und setzt sich kurz bevor er an den Tresen tritt eine Maske auf. Da könnte man schon sagen, die Menschen erwarten zu wenig von sich, aber ist egal. In diesem Sinne, wenn ihr jetzt gerade aufgrund dieser Nachricht oder aufgrund anderen Umständen nicht so gut drauf seid oder gar krank im Krankenhaus, wünsche ich euch, unsere große Gemeinde wünscht euch gute Besserung, gute Genesung, werdet schnell wieder gesund. Wir brauchen euch. Und gerade jetzt halten wir zusammen, bleiben standhaft, optimistisch und voller Tatkraft. Punkt, aus, Ende. Sehr freue ich mich jetzt über euren Kommentar, den Daumen hoch und liebe Unterstützer, dank euch kann ich diese Propaganda überhaupt nur machen. Übrigens, der liebe Kai, Kai, Kai ist der Oberhammer, nachdem gestern Bernd zwei Bücher gesponsert hat, was wir erhöht haben hier auf drei, hat Kai sich gemeldet und hat gesagt, er wirklich war Kai, Kai sponsert wirklich war. Sponsert 30 Bücher. Botschaft für Deutsche. Und zwar für Menschen, die sich das Buch nicht leisten können. 30! Kai, was ist denn los? Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich hatte feuchte Augen. Du machst viele Menschen glücklich, Kaichen. Ja, wie das abläuft, könnt ihr auf Telegram erfahren. Den Link zu Telegram hänge ich hier runter. Werde ich nachher hochladen. Hochladen. Damit ihr auch an der Verlosung teilnehmen könnt. Ist nicht schwer. Ist nicht schwer, daran teilzunehmen. Einfach mitmachen. Aber wie ihr mitmachen könnt, erfahrt ihr auf Telegram. Bitte auch gleich Telegram abonnieren. 30 Bücher, Kai. Wahnsinn. Wirklich toll. Total lieb. Allerdings bitte an Menschen, die es sich nicht leisten können. Wäre total lieb, wenn ihr mitmachen könntet, weil euch gerade irgendeine Misslichkeit passiert ist. Ihr vielleicht gerade arbeitslos seid oder eine schwierige Situation habt und vielleicht auch Motivation braucht. Das ist nämlich auch ein Motivationsbuch. Botschaft für Deutsche. Und wenn ihr es euch leisten könnt, bestellt es euch doch einfach. Auch das ist gut. Bestellen gibt es nur bei www.claudiusfabich.de. Aber Kai, du bist der Hammer. Dankeschön. Ja, ich werde dann auch nochmal vorlesen, wer alles gewonnen hat. Gestern hat übrigens gewonnen, ja, der Andy Prinz in Engelskirchen, ja, und Elisabeth Rahn in Mitterteich, ja, so lernt man mal Deutschland kennen. Und es hat gewonnen gestern Katrin Nehmann in Lübeck. So sieht es aus. Und übrigens in Botschaft für Deutsche werden noch über 2000 deutsche Städte gewürdigt. Könnt ihr da alle wiederfinden. Vielleicht ist auch eure Stadt dabei. In diesem Sinne, Freunde, auf in den Tag. Meine Truppe grüßt. Meine Frau Martina grüßt. Und ich hab euch lieb. Punkt. Aus. Ende. So. Haha. Ich hab heute schon Telegram gemacht. Ich hab heute schon Getter-Video gemacht. Jetzt hab ich YouTube-Zweitkanal-Video gemacht. Jetzt kommt YouTube. Oh, YouTube ist auch toll. YouTube bin ich Mensch. Da kann ich sein. Und dann mach ich YouTube-Hauptkanal. Der jetzt grad richtig Freude macht, weil er so schön geschenkt und wählt ist. Egal. Nehmt an der Verlosung teil. Kommt dazu auf Telegram. Gleich abonnieren. Und ich bin jetzt weg. Nein, ich bin noch da. Das Video ist zu Ende. Christian Lindner ist toll. Ich find den toll. Also. Eigentlich wär der Christian Lindner auch der Richtige als Kanzler, oder? Vielleicht eine Dreifachspitze. Baerbock, Habeck und Lindner. Zu dritt. Hohoho. Könnt ihr euch vorstellen, wie unser Land dann nach einem Jahr aussieht? Ja, ich bin noch da.